Ja, hallo, herzlich willkommen zum Adventskalender. Ich habe ja gesagt, heute gibt es zwei Folgen. In der ersten habe ich mich in der 19. Folge kaputt gelacht. Da gab es gestern ein paar Probleme. Deswegen ist es halt so passiert. Aber jetzt ist halt die zweite Folge dran. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen. War eigentlich nicht geplant. Aber hier steht ja unser Weihnachtsmann. Ist das nicht herrlich? Und der Lichter brennt. Alles super. Ja? Was ich nochmal sagen wollte. Es freut mich, dass ihr immer wieder einschaltet, auch zum Adventskalender. Es kommen bald die neuen Mann am Abend folgen. Müsst ihr einschalten. Und da wird es nochmal ein paar tolle Überraschungen geben. Und im nächsten Jahr wird es auch wieder geile, geile, tolle Kurzfilme von mir geben, die ich schon länger nicht mehr gehabt habe. Und natürlich mal am Abend. Kommt wieder. Es wird auch nochmal mal am Morgen kommen. Wow. Mal am Mittag. Schauen wir mal, was ich da machen möchte. Und natürlich ein paar tolle Überraschungen vor allem. Ja. Wie gesagt, unser toller Weihnachtsbaum. Ja. Auch die können wackeln. Also die Kugeln. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wollte euch sagen trotzdem Danke. Auch wenn ihr ein bisschen warten musstet. Aber ich hoffe, es hat sich doch gelungen. Ja. Ich verabschiede mich. Zwei verabschiedet sich jetzt auch nochmal. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier zum 21. Dezember. Zum Adventskalender. Bis dahin. Ciao. 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 Dö, tödä, dan. Oh, no. 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 Vielen Dank.